Schauen wir mal an. Oh scheiße. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Für das Himmel Dirk und Klaus, Folge 49. Ah, wir sind krass nah an der Schule. Ach, manche krasser und näher als uns lieb wäre. Ja, erzähl, du bist wieder Lehrer Dr. Knecht in der Problemschule Marzahn-Pfeiffer mit drei Elf. Marz. Ja, 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 ja. Ist schwierig, möchte ich drüber reden. Ey, jeder Lehrer verdient einen Orden, der sich sowas regelmäßig antut. Ja. Also ich muss einen Ohrknöpfe rausnehmen. Das mit beiden geht gar nicht. Ist zu laut. Nee, das schließt so Luft, ich darf das ganz komisch. Aber es sind immer die gleichen, oder? Nee, ich habe sonst die auf, die du aufhast. Jetzt habe ich In-Ears. Ah, okay. Mega interessant für unsere Zuhörer. Aber jetzt höre ich mich gut. Ich fühle mich auch gleich jetzt, ob ich viel klarer sehe. Jetzt, wo ich uns nicht mehr so deutlich höre. Oh. Geht euch vielleicht ähnlich, also hört uns nicht beim Autofahren. Das war unsere Warnung. Wirklich trägst du jetzt aus deiner Spongebob-Patrick-Tasse? Mmh. Heiß. Guten Kaffee mit Schuss. Ich wollte gerade sagen, wie ein Lehrer halt, ne? Ja. Schön. Wie heißt es immer? Russisch Kaffee? Mmh. Ja. Was war das nochmal? Kaffee? Wodka vermute ich. Ja, genau. Und dann kommt irgendwie eine Münze rein. Ah. Und dann gehst du so viel Wodka rein, dass du die Münze siehst. Und dann wieder Kaffee, bis du die Münze nicht mehr siehst. Mmh. Und das dann russisch. Oder so viel Wodka rein, bis die Münze oben schwimmt. Ja. Malten Asbestmünzen. Ich freue mich ein bisschen auf krasse Schule. Das wird bestimmt wie diese Woche mein Unterricht. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist es gar nicht für dich. Oh Gott, was ist das? Ja, genau so. Genau so sind sie alle. Oh, ich kann nicht. Ich kann nicht, Mann. Ich kann nicht. Ich will nicht. Ich habe keinen Bock. Aber warum bin ich hier? Ich habe keinen Bock. Achso, dann hörst du so deren inneren Monolog. Die würden das dann... Cool. Was hast du... Machst du da irgendwie Schauspielunterricht oder was passiert da? Ja, ich mache Quiz und Moderation. Das ist alles... Heute haben wir halt in einer Stunde... Es ist halt auch... Es ist halt alles eigentlich super easy. Super leicht. Und halt irgendwie... Wir filmen ein bisschen was mit dem iPad in so einer Funktion, die Trailer erstellen heißt. Da liegt schon Musik drunter. Es sind immer so krasse Grafiken dazwischen. Eigentlich total super und genau das, was die Kinder machen wollen damit, wenn sie das filmen. So was machen wir und dann suchen wir Quizfragen raus. Und die haben schon echt... Die haben Probleme damit, einen Satz zu lesen. Zu erkennen, was ist die Information in dem Satz und wie formuliere ich das als Frage. Habt ihr sämtliche Zeichen weggelassen? Ne, das ist echt irgendwie so eine der Fragen ist, wie viel... Also so ein Recherchert, unser Mädel guckt auf die Seite und ich weiß nicht, wie ich das als Frage formulieren soll. Der Bremer Weihnachtsmarkt produziert in vier Wochen 80 Tonnen Müll. Also ist das Jeopardy? Du sollst die Frage dazu formulieren? Nein, nein, die sollen die Frage dazu formulieren, damit die anderen die Frage beantworten können. Achso, die sehen die Antwort und... Die sehen, die suchen, die sollen halt selber die Fragen recherchieren. Dazu suchen sie halt irgendwelche Informationen raus. Ich meine, aber was denn für eine Vorgabe? Ach, irgendwas mit dem Thema Müll. Achso, und die kamen auf den Bremer Weihnachtsmarkt los? Ja, genau. Weil die haben halt irgendwie Weihnachtsmarkt mit Müll oder das war in den Nachrichten oder wie auch immer. Und dann kommt keiner auf die Idee, wie viel Müll produziert der Bremer Weihnachtsmarkt? Da brauchen die echt viel Händchen halten, um da hinzukommen. In diesem... Okay. Ja. Ja. Ganz schön. Also echt harte Sachen irgendwie. Wie alt sind die denn? 14. 13, 14. Du musst irgendwas Alltagsnahes aufbauen. Herzlich willkommen. Das ist Dennis, das ist Jerome und wir beide werden sie jetzt abziehen. Wie werden wir es machen? A mit einem Messer? Du lachst. Die Klasse ist bei sich in die Schule eingebrochen und alle Klassenbücher geklaut am Wochenende, damit die Fehlzeiten weg sind. Achso, ich dachte von wegen, damit schön gelernt wird nochmal. Aber du meinst ja die Klassenbücher nicht. Ja, nicht die Schulbücher. Ja, endlich haben wir das Latinum B. Das heißt, es ist nicht einer, sondern die sind als Klassengemeinschaft da eingebrochen. Ja. Aber das heißt ja, die haben ja erstmal einen unheimlichen Zusammenhalt. Das ist ja schon mal positiv. Muss ja irgendwie positiv werden. Also wenn einer abzieht, sind die immer in der Gruppendynamik. Davon ist aber auch nichts zu sehen. Die Koalitionen gehen da schneller hin und her als bei Game of Thrones. Krass. Okay. Meine Güte. Das heißt, es gibt so ein paar, sind die denn wenig fokussiert auf Äußeres, dass sie halt auch alle Sport machen zum Beispiel? Nein, nein, nein. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich meine äußerlich wahrscheinlich schon. Also irgendwie alle zugedieselt und aufgestylt. Und irgendwelche komischen Mackenhosen und Sport. Aber Sport ist doch auch gerade voll. Nee, nein, Sport ist schon wieder weg. Nur, du hängst nur rum und guckst Videos den ganzen Tag. Cool. Und spuckt man noch? Also markieren? Können nur konsumieren. Weiß ich nicht. Innen auf jeden Fall nicht. Okay. In den Räumen. So gut erzogen sind sie schon mal. Wie viel machst du da immer am Stück? Vier Stunden, aber es sind eigentlich eher drei Stunden. Also wir haben irgendwie, das ist eine Dreiviertelstunde Pause, aber wir ziehen die Pausen immer so lang und fangen so viel später an. Boah. Es ist schon, also am Stück halt irgendwie so mal 45 bis 60 Minuten. Ja. Also wenn die selber filmen, dann geht es auch echt. Aber denen halt mal zu erklären, so ja, dann müsst ihr erst mal wissen, wie man hier filmt, wie man die Sachen macht, wie man das in dem Programm macht. Und wir müssen dieses Quiz erstellen. Es hat gestern irgendwie vier Stunden gedauert, da rumzunehmen. Ja, wir wollen das nicht. Ja, warum müssen wir das machen? Es hat heute 30 Minuten gedauert, das ganze Ding schon nicht nur zu besprechen, sondern auch schon in die App einzupflegen. Das ist fertig. 30 Minuten. Das hätten wir auch gestern alles bequem machen können. Bist du denn dann immer, wenn es so kontraproduktiv wird, dann irgendwie offen oder machst du dann auch irgendwie zu und bist dann auch nur noch bratzig? Das habe ich jetzt gerade vermutet. Das ist die, ich habe keinen Bock. Ja, ich habe auch keinen Bock. Ja, was sollen wir jetzt hier machen? Ja, wir müssen ja alle durch. Das ist auch das Beste. Wenn sie halt selber was machen sollen, wo du denkst, ja, dann können wir doch machen, was wir wollen. Ja, aber was sollen wir denn machen? Ist das richtig? Ja, mach doch, was ihr wollt. Warum fragt ihr denn mich immer? Warum fragt ihr? Als ob ich hier irgendwie eine Instanz bin. Nee, aber ich sage ihnen, dass sie das beim Film selber ausdenken und sollen das halt filmen und so. Ja, können wir das so filmen, wie sie das Telefon abnimmt? Ja, natürlich. Was habe ich denn damit zu tun? Lass mich doch. Ich gucke nur, dass das iPad nicht runterfällt. Aber ich meine, du bist doch während der Aufnahmen für Fragen da. Ja, ich bin im Raum. Du bist ja nicht von dem, lass den Lehrer in Ruhe, der muss ja gerade sein Bitcoin checken oder so. Das lasse ich lieber. Aber wir fragen mich natürlich da, aber du kannst auch nicht ständig irgendwie, ja, ist das richtig? Ja, weiß ich nicht. Ist das die richtige Einstellung? Wer bin ich denn? Hitchcock? Der wusste ja immer. War dir so, Dirk, in einer Latzhose? Ja, ich habe heute eine Peter-lustig-Gedenkhose an. Das ist aber gar nicht so lustig, finde ich. Jedenfalls Klaus, der schaut auf sein Becherende, als ob er echt denkt, dieser Gin verschwindet viel zu schnell aus diesem Glas. Verdammte Vaporisierung. Kennst du das Gedicht vom Bodensee? Nee. Das hat gerade zu dir gepasst. Ich bin immer traurig, wenn ich den Boden sehe. Aber hey, das wäre wenigstens ein Beitrag, wo du in der Schule sagen könntest, ja gut, dann fliegt das ein. Da können wir schon was draus machen, ja. Aber es ist die ganze Zeit, singen sie alle? Sie singen? Ja, dann macht das doch auf der Bühne. Ihr könnt doch ein Musikquiz machen. Nein, das ist so krass peinlich, ey, nein. Ja, aber er macht doch die ganze Zeit peinlich. Ja, eben. Das ist doch dann der Gag des Ganzen, dass du sagst, ihr singt was vor, in eurer Art schlecht zu singen und die anderen müssen raten, was es ist. Und dann hast du schon eine Quizshow und irgendwann musst du sie ja moderieren. Ja, irgendwas, irgendwas, irgendwas. Ist das dann irgendwie relevant? Wird das benotet? Ist das einfach nur von wegen, weil so wenig Lehrer da sind, dass so ein trauriges Gesicht Die Lehrer müssen ja mitkommen. Da müssen ja zwei Lehrer immer mit rumhängen mit denen. Ja, aber nur bei der Präsentation oder jetzt auch, wenn du mit denen arbeitest. Die sind die ganze Zeit da irgendwie entweder im... Also sie sitzen mit dir im Raum? Nee, entweder Pausenraum oder die gehen mal von Raum zu Raum. Die beiden Lehrer, die jetzt dabei sind, die habe ich noch nie im Raum gesehen, aber das verstehe ich. Da würde ich auch jede Minute, die ich von der Klasse frei habe, nutzen. Aber das Krasse ist ja, okay, aber dennoch ist es ja, brauchst du wenig Lehrer für solche Projektwochen, weil dann halt keine Ahnung, ein Lehrer sich immer drei oder vier Klassen anguckt. Und die Schule kann ein bisschen Geld ausgeben, es kostet irgendwie ein paar tausend Euro diese Projektwoche. Ja, aber nicht, ist ja wahrscheinlich günstiger, als jetzt jeden Tag einen Lehrer dahin zu stellen. Ja, die Lehrer sind ja trotzdem irgendwie da, die sind in der Schule, machen was anderes. Weiß ich nicht. Ach, wie ein... Ja, Dirk, das deutsche Bildungssystem, es hat versagt. Was? Was hat das gesagt? Ja. Krasse Schule, krasse Schule. Ja, ich habe leider bei mir zu Hause ein paar Sachen zusammengeschrieben, aber jetzt muss ich mir die Einträge hier wieder, weil... In Ordnung, ich werde die Redezeit füllen. Ja. Ja, ich habe natürlich eine schöne Frage mitgebracht und die erinnert so ein bisschen an den Anfang diesen ganzen Podcastes. Dirk liest die Frage ab, für unsere Zuhörer. Nee, eigentlich nicht. Also ich sehe jetzt nur die wichtigen Impressionen. Kommt ja sich lustige Bilder von Enten an. Nein, aber du wirst dich erinnern, womit der ganze Spaß ja angefangen hat und daran wollte ich jetzt mal anknüpfen, kurz vor der 50. Deswegen stelle ich jetzt einfach mal die Frage um, dich komplett zu zerstören. Hallo. Welcher Austin Powers-Teil ist der beste Austin Powers-Teil? Gegenfrage, welcher ist der kürzeste? Er überlegt jetzt noch mal Gin, sich einzugießen. Also. Wir können ja die Einzelnen mal ein bisschen durchkauen. Das war ja so meine Idee jetzt erst. Spionen geheimer Mission-Ausstellung? Nein, 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 der erste. Ist das nicht der? Nein, der erste ist, Austin Powers, das schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat. Ja, ist schon gut. Und im Original heißt er. The Spy Who Shagney? Nee, das ist der zweite. International Man of Mystery. Okay. Von? Also aus welchem Jahr? Achso. Äh. 97? Yes, nicht schlecht. Du meinst, yeah, baby! Und es wird nicht überrascht, dass alle drei Teile halt von Mike Myers mitproduziert wurden. Die Drehbücher von Mike Myers sind immer gekommen. Er natürlich die Haupt- und auch mal Nebenrollen später gespielt hat. Und es wurde immer von Jay Roach, das war halt immer der Regisseur, der hatte in allen drei Teilen Regie geführt. Hm, 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 ja. Das Lustige ist, selbst auf der Wikipedia-Seite ist die Handlung des ersten Teils, äh, finde ich super gut zusammengefasst. Das kann man gar nicht noch kürzer für dich, äh, fassend fast. Das ist, äh, London mitten in den, äh, Swinging Sixties. Geheimagent Austin Danger Powers hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt von seinen Widersachen Dr. Evil zu beschützen. Da Dr. Evil sich vom Austin Powers bedrängt fühlt, flüchtet er mit einer Rakete in die Erdumlaufbahn. Und dann, äh, in den ersten Teils, lässt sich einfrieren und wartet nun in diesem Zustand auf seinen Erzfeind. 30 Jahre später ist es soweit. Dr. Evil kehrt auf die Erde zurück um Austin Powers. Und Austin Powers wird vom Geheimagent, äh, beziehungsweise vom Geheimdienst reanimiert. Allerdings hat Austin Powers nur nicht, äh, mit Dr. Evil, was? Nur nicht mit Dr. Evil zu kennen, sondern auch mit der Veränderung, beziehungsweise der veränderten Gesellschaft der 90er Jahre. Und das ist alles. Ja. Und Christian Slater holt ein Orangensorbet, möchte ich noch hinzufügen. Ist das der erste Teil? Ich wusste nicht, welcher. Ja, das ist der erste Teil. Oh, das ist echt ein super, das ist ein super Moment gewesen. Einer von vielen, würden manche sagen. Naja, ich meine, also wir kennen ja, also ich kannte Mike Myers vor, halt nur aus Wayne's Wayne's World und Wayne's World 2. Und die waren ja beide super. Und das Interessante ist, weil er später immer in irgendwelchen Shows und sowas hat er halt immer diesen Austin Powers Tanz gemacht. Und das hatten ja dann viele schon gedacht, das wäre so sein Ding. Aber das hat er ja nie in Wayne's World oder sowas. Also die waren ja da halt auch immer irgendwelche Gags gemacht, die er dann später dann ja auch in den Austin Powers Teilen gebracht hat. Also ich glaube, Wayne's World war ja auch seine, seine Kreation, weiß ich jetzt nicht. Ja, das war auch eine der Figuren, die er bei Saturday Night Live gespielt hat. Ah, okay, da hat er angefangen. Zusammen mit, wie heißt nochmal sein Partner, Dana, Dana irgendwas. Du meinst den Partner, der Garth spielt. Okay. Der heißt Dana mit Vornamen. Der ist, das Lustige ist ja, der sieht immer noch so aus wie seine Figur Garth Vader, Garth, 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 weiß ich nicht. Und hat halt einfach nur kürzere Haare. Der hat ja diese lustigen, grau-blonden, langen Haare bis zur Schulter und der hat die gleiche Frise, bloß bis zu den Ohren nur kurz. Ist halt Stand-Up-Comedian seit, weiß ich nicht, 50 Jahren. Dana Carvey. Dana Carvey. Okay. Ja. Aber jetzt mal der erste Teil, da haben wir uns ja, wie gesagt, vor, 45 Folgen schon mal drüber unterhalten. Ist ja ein Knaller, oder? Ich meine, aber du kennst den, weil du 97. Ja, ja, ich bin mir, da kann man auch einen guten 20 Minuten daraus schneiden. Meinst du echt? Ja. Was würdest du denn da alles rausnehmen? Oder was würdest du drin lassen? Das ist jede, jede, ich würde nicht mal die Szenen so großartig rausschneiden, sondern einfach jede Szene ist viermal so lang, wie sie sein muss. Jede einzelne. Aber ich meine, das ist so ein bisschen das Simpsons-Prinzip, weil sie haben ihn ja, sie haben ihn doch eingefroren. Ja. Und wenn sie ihn dann wieder auftauchen, 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 auftauen, dann gibt es auch diese Szene, wo er halt auf diesem Fließband steht. Entleerung abgeschlossen. Und dieser Gag ist doch total simpsych-ähnlich, dass du sagst, okay, und dann, haha, lustig, und dann übertreibend. Aber es war ja dann noch weiterhin lustig. Das ist A, das ist einmal, das ist auch lustig in einem Film. B, ich sage nicht, dass es immer schlimm ist, wenn der Gag zu lang steht, aber das ist einfach einfach zu lang. Das ist alles viel, viel, viel zu lang. Das ist in unseren Köpfen lustig, weil wir nur die Besten, wenn du dich an Austin Powers was erinnern würdest. Da kriege ich dir irgendwas im Raum? Nee, ich höre hier immer was. Dein Kopfhörer, ich kriege da noch mit, keine Ahnung, Radio Bremen rein oder so. Ähm, ich weiß auch. Wenn wir uns an die besten Sachen erinnern würden in Echtzeit, hätten wir ungefähr 20 Minuten von einem Film. Und das sind die guten 20 Minuten von Austin Powers. Ich würde sagen, da haben wir aber schon viel erinnert, oder? Ja. Wie heißt nochmal der Typ, der diesen, wie heißt er, Basil Exposition oder sowas? Michael York. Michael York. Also der ist zum Beispiel ja auch total Gold wert, weil der immer diese Gags, nur dieses irritierte Blick drauf. In welchen Teil ist es nochmal von wegen... Ein sehr bekannter Schauspieler, der D'Artagnan und den Musketierverfilmungen in den 70ern. Ähnlich wie Nummer 2, der auch ein unheimlich bekannter Schauspieler. Wagner. Ja. Aus... Hart aber herzlich. Unter anderem. Ja, und das Flammen des Inferno und... Der längste Tag. Ja, genau, ein paar Kriegsdinger hat er schon gemacht, ne? Ja. Und in einen ganz ominösen Mordfall ist er verwickelt. Oh, erzähl. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Schauspielerin heißt, aber die ist irgendwie betrunken und auf Drogen von seiner Yacht gestürzt. Das klingt voll nach Columbo. Und er und die anderen, es war auf einer Party und ich glaube, die beiden waren zu dem Zeitpunkt verheiratet oder waren auch verheiratet und er und die anderen haben irgendwie nichts gemacht. Also nicht die gerettet? Haben nicht die Polizei gerufen, nicht die Küstenwache informiert. So war das irgendwie. Aber sie haben das mitgerichtet, dass der Unfall passiert ist. Das ist eine ganz komische Geschichte. Wow. Also ich ruhe, ich gebe das mal ganz kurz ein und verlese meine Details, weil es mir jetzt ein bisschen zu viel. Aber ja, so eine ganz, ganz... Das erinnert mich sofort an Conan in Texas, als er irgendwie sagt von wegen, naja, und es gibt natürlich keinen Prominenten in den Staaten, der mit dem Verbrechen von Mord oder anderen davongekommen ist. Jimmy, roll das Band. Und dann siehst du halt dann irgendwie, wenn du auf Stop drückst oder Pausenmodus, siehst du halt dann tausend Prominamen, die halt mit irgendwas weggekommen sind. Naja, ich denke mal erst damit drauf. Also ich bin jetzt im Tagesspiegel. Wie im Tagesspiegel? Wie ist es dort? Ich sehe mich selbst. Schauspielerin Natalie Wood war im November 1981 im Alter von 43 Jahren während eines Ausflugs mit einer Motorjacht vor der Küste Kaliforniens ums Leben gekommen. Damals kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass sie sich um einen Unfall handelte und die Schauspielerin ertrank. Wood war am Tag ihres Todes mit ihrem Ehemann, der unter anderem in der Fernsehserie hart aber herzlich Erfolge feierte, und dem Schauspielkollegen Christopher Walken auf der Yacht unterwegs. Nach den damaligen Erkenntnissen der Ermittler hatten Wagner und Walken in der Nacht einen heftigen Streit. Die Schauspielerin wurde später tot im Meer gefunden. Laut Polizei trug sie ein Nachthemd, Strümpfe und eine Daunenjacke. Sie hatte zudem zahlreiche blaue Flecken am Körper und eine Abschürfung an der linken Wange. Die Polizei hatte die Ermittlungen im November 2011 wieder aufgenommen. Als Grund nannten die Behörden neue Hinweise zum Todesfall. Kapitän der Yacht, Dennis Devon, hatte in einem Buch geschrieben, dass Wagner erst mit Verzögerung die Küstenwache alarmiert habe. 2012 war Woods Totenschein geändert worden. Die Gerichtsmediziner gaben nun Ertrinken und andere unbestimmte Faktoren als Todesursache an. Wagner und Walken waren beide auf der Yacht. Aber waren beides Freunde? Offensichtlich, ja. Ich hatte es mal im Podcast gehört, deswegen erinnere ich mich noch dran. Und Christopher Walken hat mit seiner Frau einen Streit gehabt. Nee, Christopher Walken und Robert Wagner hatten einen Streit. Aber, ich meine, okay, das muss ja nicht direkt mit ihr zu... Naja, ich meine, sie ist halt irgendwie gestorben auf dominösen Umständen in der Nacht. Also meinst du, es war jetzt irgendwie Eifersucht oder sowas, dass Christopher Walken was mit seiner Frau hatte? Ich weiß es nicht. Es gibt Natalie Wood, heißt die Schauspielerin, da gibt es einen guten Podcast zu, wenn euch das interessiert, von der Comedy-Truppe Do Go On. Die haben so ein Referatsthema und die gehen da dediziert in das Leben von Natalie Wood, was auch interessant ist, und halt in den Mord von ihr. Okay. Oder Mord in den ominösen Unfalltod. Ja, naja. Gute Laune! Austin Powers. Ich dachte mir, ich gebe noch was zum Roadwork nach, zum Besten. Ja. Das ist echt gut. Einfach mal unkommentiert den zweiten Teil uns anschauen. Austin Powers 2, The Spy Who Shagged Me. Es gibt keinen Teil, wo eine Nummer genannt wird, aber es ist genau im Original Spy Who Shagged Me. Im Deutschen hast du es, glaube ich, vorhin genannt. Spion in geheimer Missionarstellung. Lustig. Sehr lustig. Weil es klingt so wie Spion in geheimer Missionen, aber dann geht es weiter. Krass und dann ist es was Sexuelles, oder? Ja, krasse Schule. Aus welchem Jahr? 99. Nice! Du bist voll drin, Alter. That's what she said. Oh Gott, Alter. Schöne Grüße aus der Wolke A7. Ich glaube, wir moderieren direkt immer aus dem Fahrerhäuschen. Aus dem Matchstudio. Es gibt oben so ein Fahrerhäuschen, ein goldenes Fahrerhäuschen drauf und da moderieren wir immer draus. Das ist direkt unter dem, aus dem türkischen Dampfbad. Ich wollte gerade sagen, es guckt in die Sauna, das Fahrerhäuschen. Ja, da ist die Zusammenfassung mir viel zu lang. Ja, naja. Es gibt noch neue Figuren, den fiesen Fettsack? Äh, nee, das ist doch der dritte Teil. Nee, nee, der ist im zweiten Teil. Im zweiten Teil auch schon? Und, äh... Ah ja, genau. Fat Bastard. Roller Girl. Wie heißt sie denn nochmal? Hat auch bei Scrubs mitgespielt. Ah, spielt, ähm... Also erstmal seine lustige Kollegin, diese Garmagentin Felicity Schickfick. Ja, genau, Felicity Shagwell. Genau. Mit dem Mördergag, Shagwell by name, Shag very well by reputation. Das, wie heißt sie denn? Das meine ich doch. Äh, äh... Heather Graham. Heather Graham, genau. Scrubs, Arrested Development, Boogie Nights. Ja. Für alle, die sie nackt sehen wollen. Okay. Auf Rollschuhen. Heißt sie dir gerade Finger? Klar. Cool. Bessel Exposition hatten wir ja schon, ne? Michael York. Michael York. Der Nummer zwei, ja. Der junge Nummer zwei ist, ähm... Rob Lowe. Ja. Unter anderem bekannt aus The West Wing. The West Wing. Polit-Serie mit Martin Schien als Präsident. Nee, ich bin gerade bei House of Cards. Naja. Naja, Rob Lowe ist das auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, ich meine, da geht's ja auch wieder kurz nach dem... Ach ja, genau. Da ist ja irgendwie, dass die Miss Kensington, war ja halt ein Fun-Bot. Und er hat sie dann halt platt gemacht und dann war er total traurig. Also sie war ja verheiratet, so fing es ja halt irgendwie an. Und dann, glaube ich, irgendwie Hochzeitsnacht oder sowas. Und dann war er ganz traurig, weil er sie dann umgebracht hat. Für ungefähr eine Sekunde, bevor er feststellt, dass er Single ist und wieder mit ihm schläft. Ja, Baby! Und dann geht halt sein Tanz. Dann gibt's einen Tanz, wo Sachen seinen Penis verdecken. Penisförmige Sachen seinen Penis verdecken. Ja, stimmt, das ist ganz lustig. Ja, und irgendwann beißt jemand so ein langes Baguette. Oh, das fand ich auch lustig. Und dann wird sein Mojo gestohlen. Nämlich reißt Dr. Evil ins Jahr 69 zurück und beauftragt den fiesen Fettsack. Warum er es nicht selber macht, egal. Der fiese Fettsack arbeitet da als Sicherheitskraft. Ja, genau. Und dann ist sein Mojo halt weg. Parallel ist dann halt irgendwie Osten in der, was ist denn, jetzt Zeit ist wahrscheinlich 90er, ne? Ja, 99. Ist von 99 zu 69 das lustigste Jahr aus den 60ern. Ah, ja, stimmt. Ja, und dann, da ist er, glaube ich, gerade mit der, mit dieser russischen, wo er dieses Fotoschule gemacht hat. Ja. Du hast den Haaren wie sibirischer Bär. Erinnert dich das auch immer an jemanden, den wir auch als Schuhe? Ja, 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 ja. Und da ist auch das erste Mal, Minimi taucht ja auf, ne? Da ist doch dann der Klon, also Nummer zwei aus 69 sagt dann von wegen, ja, wir haben, während sie, er war doch irgendwie eingefroren oder im Weltall oder sowas, wir haben auf jeden Fall sie dann geklont und dann kommt Minimi da raus. Ja, und da gibt es ja auch diese lustige Vulkaninsel, auf der er sich verschanzt, wo dann halt Osten ihn dann halt aufsucht. Genau, und da versucht er dann mit allem. Als zweites auch das mit dem Laser. Genau. Das, ähm, von Dr. Alan Parsons kreiert. Wir nennen es das Dr. Alan Parsons Project. Ja. Schon ziemlich cool. Auch 99, kein guter Gag. Ähm, ja, und dann wird der Mond doch irgendwie auf den, äh, Quatsch, der Laser doch auf dem Mond platziert und dann wird er kurzerhand zum Todesstern. Da verstehst du mich? Ja. Star Wars, kennst du? Mhm. Oh, Mann, ja, gut. Ist das gut. Naja, und, ähm, nachdem sich Dr. Ebel auf den Mund begeben hat und ihm, Osten Paus und Felicity dorthin gefolgt sind, kommt es zum Showdown. Damit muss sich Osten Paus entscheiden, ob er die Erde... Moonraker-Anzüge. ...seinen Mojo oder Felicity retten will. Aber Osten wäre nicht Meister-Spion, wenn er für diese Situation keine adäquate Lösung hätte. Er holt sich mit Hilfe der Zeitmaschine. Zweites Ich, in dessen Hilfe nur zwei Dinge retten kann. Nice. Ja, und er stellt fest, dass er Mojo gar nicht verloren hat, das steckt nämlich die ganze Zeit in ihm drin. Das ist wie so ein guter Kinderfilm, oder? Der diese Mut-Sachen thematisiert. Wie jeder gute Kinderfilm hat er die Nachricht, dass deine sexuelle Potenz die ganze Zeit in dir steckt. Und nicht in irgendwas, was dir ein fieser Fettsack mit einer Spritze aus dem Rückenmark gezogen hat. Nee, Rückenmark, der bohrt doch direkt in Richtung des Pullers. Oha! Ja, dann habe ich den Film unterschätzt. Ja, ist auch ein lustiger Film. Was gibt es da, was so eh lehnlich langgezogen wird, was ganz bekannt ist? Ich glaube, das Einzige, worauf wir sie auch regelmäßig zitieren, was mir wirklich als Gag in Erinnerung geblieben ist, ist, dieser Kaffee schmeckt scheiß. Ach, das ist es. Außen ist es scheiß. Schmeckt irgendwie nussig. Das ist getrockneter Elteskot, das ist ein ganz anderer Fall. Ach nee, das ist... Das ist die nackte Kanone. Ach, die sind immer dicht dran, diese Szenen. Ja. Also diese Szene, diese Kaffeeszene ist dicht dran. Mega geil. Ja, aber ehrlich, ist das die einzige Szene, die sie hängen? Na komm, was haben wir noch? Die Laser haben wir schon besprochen. Ja, das ist ja auch mal lustig. Das sind doch immer diese Momente, wo er dann mit dem, äh, mit der UN oder sowas quatscht. Eine Vereinte Nation. Und, äh, gibt dann halt immer seine, seine, ähm, Forderung. Oder ist das nur in einem Teil? Ich bin mir, ich bin mir, ich bin mir, ja, ich bin mir sicher, dass sie das für den Teil nochmal recycelt haben, den Gag. Wie sehr viele Gags. Eine Million Dollar. Osten, eine Million Dollar. Ne, äh, Dr. Ebel, eine Million Dollar ist in dem Jahr nicht wirklich viel. Ach so. Ja, und dann später sagt doch irgendwie, äh, eine, 100 Milliarden und zwar sagt, aha, so viel Geld gibt es auch der ganzen Welt nicht. Also könnten sie ja 200 Phantastilliarden verlangen. Ähm, genauso wie, äh, in dem Teil ist es, glaube ich, das mit der penisförmigen Rakete, die zum Mond fliegt. Ah. Alle sagen, oh mein Gott, da ist ja ein strammer. Junge! Guck mal, das ist natürlich eine, das ist eine super Montage. Ich glaube, im ersten Teil war es irgendwas, was aussieht wie Brüste. Ja. Ja, stimmt. Und da ist doch dann, äh, da hat doch irgendwie, äh, Woody Harrison in, äh, kurzen, ein riesiger Woody. Woody Harrison? Ja. Kann ich ein Foto machen? Ja, klar. Aber ist das, ist das nicht ein großer Lümmel, getrockneter Lümmel? Ja, also es ist auf jeden Fall, es ist gut, du hast ja den gleichen Gag, der schon im ersten Teil unter der Tür durchpasst, für den zweiten nochmal recyceln. Ja, also, und ich glaube, im dritten gibt es den auch nochmal. Na ja, klar. Es gibt die alle drei. Ja, es sind ja alles zeitlose Klassiker. Ja. Gott. Genauso wie dieses Schattenspiel, das gibt es auch in beiden, wenn nicht allen drei Teilen. Ich erinnere mich nur an das Schattenspiel im dritten Teil in der U-Boot. Ja, das gibt es in jedem, dann gibt es das in jedem Teil. Aus dem dritten habe ich nur einmal gesehen. Ach, stimmt, im zweiten ist es im Zelt, wo er sich da vorne beugt und sieht die ganze Zeit aus der Tasche. Dachte, dass im ersten wäre im Zelt, aber was auch immer. Nee, ich meine, die Vulkaninsel, ist es doch im zweiten, oder? Nee, ist nämlich auch im, ja, ach echt, nee, im, ach, ich, ist doch alles. Ich habe doch gerade die Handel vorgelesen, haben wir das schon alles hier vergessen? Ja, ist nicht der gleich, sogar die gleiche Basis wie im ersten Teil? Also, was war das Geheim an Missionarstellung, war der zweite? Ja, der zweite. Ich warte, ich wusste mal kurz, nee, sonst bin ich voll durcheinander jetzt. Das ist doch ein wichtiges Thema. Vulkaninsel ist der zweite und da tauchte, da ist doch dieser Gag, dass sie aus dem Wasser kommt, total sexy in Blah und er kommt aus dem Wasser und hat so ein Bikini an. Und da sind sie auch. Ah, ja, 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 ich erinnere mich, als Ursula Andres Szene. Ursula Andres macht das als einen Bonn-Fan. Ja, siehst du, das geht nicht aus deinem Kopf. Das ist doch eine gute Szene. Und da sind sie abends im Zelt und dann holt er halt, sie holt irgendwas aus der Tasche raus, was so ungünstig liegt, dass im Schattenspiel entsteht, als ob sie die ganze Zeit in seinen Hintern greifen würde. Und ich weiß aber nicht, was das erste Schattenspiel ist. Ich komme es doch im ersten Teil nicht vor und ich rede mir das ein, aber ich weiß nicht. Das wäre aber schon komisch. Das wäre schon komisch, wenn sie den Gag recycelt hätten und nicht den mit Will Ferrell, der tausend Todes stirbt. Was ja auch nochmal vorkommt im zweiten Teil. Ach, das ist Will Ferrell. Ja. Ach, geil. Ja, natürlich. Wer könnte sonst einen arabischen Hitman spielen, wenn nicht Will Ferrell? Ich habe mir ein Bein gebrochen. Vielleicht könnten sie mir irgendwas helfen, dass ich mich allein hier befreien kann. Riecht dich um, riecht dich um, riecht dich um. Ach, da ist ja jemand. Hallo. Gut, können wir jetzt weitermachen? Nein, ich habe überlebt. Ich blute aus der Schulter. In deiner Erinnerung, die Szene geht 20 Minuten. Ach, scheiße. So, dann geht die gern. Ist das der, wo er im ersten Teil den Abhang runterfällt? Nee, im zweiten Teil fährt er den Abhang runter. Und im ersten Teil wird er von Dr. Evil. Ja. Okay, und im dritten Teil? Ich weiß nicht, ob Will Ferrell es da noch nötig hatte, da mitzuspielen. Ich hoffe nicht. Ja, was heißt nötig? Das ist ja eine Ehrung. Tom Cruise hat ja auch im dritten Teil mitgespielt. So, sind wir schon beim dritten Teil. Und Steven Spielberg und Beyoncé. Und Michael Caine. Und Michael Caine in Goldständer. Gold Member. Bisschen Gold. Aus welchem Land? Ja. 2006. Buff, 2002. 2006 hat man sich nur noch an diese lustigen Gags erinnert. Ja, 2006 wusste keiner mehr, was gut ist. Gastrollen, genau. Tom Cruise, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, Danny DeVito, John Travolta. Kevin Spacey macht auch nichts mehr gerade, oder? Therapie vielleicht. John Travolta, Steven Spielberg, Britney Spears, Ozzy Osbourne und Familie. Hier, Quincy Jones, Burt Bacharach. What the world needs now is love, sweet love. Da ist er doch mit, mit wem ist er da gerade auf dem Dach von so einem Doppeldecker? Das ist im ersten Teil Liz Hurley. Im ersten? Ja, aber im dritten nicht. Dann müsste es Beyoncé sein. Ah ja, stimmt. Beyoncé Knowles, Foxy, Cleopatra. Oder mit Sir Michael Caine, der seinen Vater Nigel Powers spielt. Das ist nämlich auch sehr lustig, weil diese ganze Handlung ist, glaube ich, schon wieder ein bisschen hier. Weil es geht eigentlich nur darum, dass er zum Ritter geschlagen wird anfangs und ist total stolz, weil das ist so der Highlight seiner Karriere. Und Nigel Powers, sein Vater, ist leider nicht da. Und das wirft ihn auch immer wieder in so Kindheitserinnerungen zurück, wo sein Vater halt nicht anwesend war und halt auch immer die ganzen Frauen hatte und er so ein kleiner Trottel. Naja, und dann kam aber raus, dass der böse Holländer Goldständer, ich weiß nicht, ob er unter Auftrag von Dr. Evil vermutlich seinen Vater halt irgendwie entführen ließ. Auch Mike Myers, wie wir vielleicht noch erwähnen sollten für unsere Zuhörer. Ja, ja, ja. Achso, genau. Also falls, achso, ich dachte, ja. Falls einer zuhört. Also er spielt, ne, Mike Myers spielt Austin Powers, Dr. Evil, fieser Fettsack und Goldständer natürlich. Weil sonst wäre es ja langweilig. Ja, und ich glaube, dann stellt sich auch raus, dass er erst nach der Ritterschlagung entführt wurde. Also dass er eh nicht gekommen ist, weil er keinen Bock hatte oder weil er andere Sachen zu tun hat. Ja, und naja, jedenfalls befreit er ihn und dann mit Goldständer's Hilfe will Austens Erzwein Dr. Evil mit einem Traktorstrahl, genannt Luke 2, im Original Preparation Age. Das würde bei uns wahrscheinlich nicht ankommen, weil es ein bekanntes Mittel dort gegen Hämorrhoiden ist. Naja, das rektal eingeführt wird. Einen goldenen Kometen auf Kollisionskosmet der Erde bringen, was jeder von Austin Powers seinem Vater und der übergelaufen. Genau, Mini-Me, der Klon, der läuft da über. Ja, und Dr. Evil und Austin Powers sind Brüder. Oh ja, verrate ich schon das Ende. Oh, Spoiler, ja, Spoiler für alle drei Austin Powers Filme, die nicht gut sind und der Jüngste ist 16 Jahre alt. Ach, komm. Entschuldigung. Das liegt mich doch daran, dass Dr. Evil mit seinem Sohn Scott anbendelt, also nicht anbendelt, sondern mehr so eine Nähe aufbaut, die er in den ersten Teilen immer versucht hat. Und da hat er sich dann... Austin Powers 4? Oh Gott, Dirk hat den geheimen Austin Powers 4-Teil entdeckt, den niemand gesehen hat, außer ihm. Hier steht Chronologie. Vorgänger, Austin Powers, Spion in geheimer Missionen, Nachfolger, Austin Powers 4 steht hier. Warum steht denn sowas da? Das ist doch Quatsch. Keine Ahnung, wenn es wahrscheinlich das hartnäckige Gerücht gibt, dass das irgendwo nochmal gemacht wird. Das ist so wie Ghostbusters 3. Ich meine, da gibt es jetzt Ghostbusters, was schon gruselig genug ist. Also die Version, die ist an sich ja gut, aber dass die Ghostbusters genannt wird, finde ich, das hätten sie, keine Ahnung, Ghostcatcher oder sowas nennen können. Nee, ich meine, aber das fand ich halt auch ganz cool, die Entwicklung von Scott, diesen ganz kleinen, rothaarigen Schauspieler, der später eine eigene Serie gekriegt hat. Und der wurde dann doch tatsächlich böse und dem fielen auch alle Haare aus zum Schluss. Wie das so ist, wenn man böse ist. Ja, genau. Und dann kam halt auch raus, warum Dr. Evil böse geworden ist, denn damals als Kind... Er wurde von seinem Vater verlassen. Nein, es gab einen Unfall und da ist das Auto doch expediert, wo es gab und von wegen... Und er ist aber halt weggeschleudert worden und dann wurde er von einem bösen Belgier nämlich gefunden. Und der hat den böse erzogen. Damit wurde auch noch mal so eine Hassliebe zu Belgien aufgegriffen. Die bösen Belgier. Was ist denn Witziges aus dem dritten Teil in Erinnerung geblieben? Ganz lustig ist natürlich das Schattenspiel in Minimi. Also das ist ja doppelt lustig, weil einmal hat er Minimi, da müssen sie sich verkleiden unter dem U-Boot und dann verkleidet er sich wie so ein Arzt oder irgendwas unter so einem Kittel. Und dann machen sie nämlich, dass Minimi unten ist und Austin Powers oben. Und ich habe geheult vor Lachen, als Austin Powers nur diese Roboterhände macht und sagt, alles klar, ich gehe nach vorne durch den Gang. Minimi geht nach links und er knallt links in die Wand. Oh, nee, ich gehe mehr nördlich durch den Gang. Ganz normal. Und da steht halt einfach nur so einer von den bösen Wachleuten, die dann natürlich dann irgendwann umgebracht oder zusammengehauen werden. Und guckt ihn nur an und grinst immer nur so. Ha, guten Tag Matrose, ich gehe hier nur vorbei. Und er wankt nur durch diesen, ich finde es total lustig. Und dann soll er doch in so einen Raum, Untersuchungsraum, dann, ja Matrose, dann gehen sie mal hier hinter, ziehen sich aus und dann pinkeln sie mal da rein. Und dann, Minimi, wie sollen wir das machen? Und dann nimmt Minimi da noch irgendwie einen Schluck Apfelsaft und spuckt das die ganze Zeit in den Becher. Und dann sieht es halt so aus, erstmal Minimis Arm sieht man, das sieht aus, als ob er einen Mörder im Prügel hat. Und dann spuckt auch Minimi immer einmal so einen kleinen Tropfen, so wie so ein Zerstäuber. Und es sieht dann halt aus, als ob der Penis sonst was macht. Weil er dann auch immer auf seine Pfote haut und sagt, nein, nicht, oh, man sieht dich, man sieht dich. Und dann sieht man immer, wie er auf seinen Penis quasi schlägt. Und der Arzt beiläufig beim Rezept ausstellen, guckt immer hin und denkt, oh, oh, au. Ich fand es super. Genau, und dann hat er Minimi mit Schläuchen doch an seinen Bauch geknotet. Und dann ist ihm dann irgendwann diese Flasche komplett ausgegossen. Somit sieht es aus, als ob seine Fruchtblase quasi fast geplatzt ist. Und Minimi dann zwischen seinen Beinen mit Schläuchen rausrutscht, als ob er quasi das gebärt gerade so. Das ist sehr, ich fand es lustig. Mir ist noch ein lustiger Satz in Erinnerung geblieben aus dem dritten Teil. Das ist, wenn Michael Michael Caine sagt, es gibt zwei Arten von Menschen, die ich nicht leiden kann. Die, die anderen Nationen gegenüber intolerant sind. Und Belgier. Und Holländer. Holländer? Achso, wegen dem bösen. Goldständler ist Holländer. Ja, stimmt. Ja, drei Klassiker der Filmgeschichte. Zu Recht in Vergessenheit geraten. Was ist denn denn hier los? Weder auf Netflix noch auf Amazon Prime verfügbar, glaube ich. Das ist doch nur Wut gegen dich selber, weil du sie damals so gefeiert hast. Ich bin erst mal die FV-Eis. Siehste, so. Das war nach guten Zeiten. Nein, der hat auch Dings noch mitgespielt. Jetzt ist er im Keller. Der Talkshow-Host, bei dem sich mal alle geprügelt haben. Der was? Der Talkshow-Host, bei dem sich mal alle geprügelt haben. Also man darf auch nicht vergessen, 97, Quatsch, 2002, als der letzte aufgetaucht ist. Also da haben ja alle Stars, hat er gekriegt. Also die haben ja dann quasi getan am Anfang, als ob sie Austin Powers halt mit Star-Besetzungen halt in Hollywood nachdrehen. Und da waren, also zu der Zeit, war der, ich weiß zwar nicht, du kennst das doch immer aus. Du bist doch so ein Film-Nurt. Was mit Michael Myers passiert? Mit Mike Myers. Nein, Mike Myers. Nicht mit Michael. Michael wissen wir. Also dass es danach so verpufft ist. Ich meine, er ist ja nicht komplett abgekackt. Ich glaube, er hat ein paar richtig danebengegangene Filme gemacht. Unter anderem Love Guru. Aber so Filme, wo er selber wieder produziert hat und dann ganz viel Geld verloren hat? Okay. Also nicht nur er, sondern das Studio ganz viel Geld verloren hat. Weil das ist ja meist dann der Grund, dass sie sagen ... Ja, und ich wage zu behaupten, auch die Austin Powers-Filme haben wahrscheinlich immer weniger Geld eingespielt. Und der dritte ... Aber der letzte hat doch mit den ganzen Stars beschrieben. Ja, der muss richtig teuer gewesen sein. Weil die Frage ist, wie viel Geld er davon eingespielt hat. Okay. Und also Love Guru war das letzte, was Mike Myers Großes gemacht hat. Und danach hat er noch schreckgesprochen. Alle. Ja. Teil. Ja, genau. Aber der ist ja jetzt trotzdem immer mal wieder ... Okay, jetzt ist er gerade mit Queen. Genau, er ist bei Bohemian Rhapsody im Film. Genau. Den wollte ich mir mal anschauen. Hast du ihn gesehen? Mit Rami Malek. Äh, nee, noch nicht. Ah, du schaust ihn ja. Ja. Nice. Nice. Ja, Dirk, welcher ist denn der lustigste? Äh, was, was ... Du hast, du hast ja ... Du guckst so mit dem glücklichen Lächeln eines Mannes, der schöne Erinnerungen an alle drei aus dem Paus-Film hat, als wären die ein großer, lustiger Film. Ich glaube, ähm, dass ich mal mit, äh, Festus, ähm, besoffen auf dem Sofa sitzend, damals hat er noch bei seiner Oma gewohnt, haben wir, glaube ich, äh, abends Austin Post 2 oder sowas angefangen und sind dabei eingeschlafen. Das beschreibt schon, dass er vielleicht nicht der Beste war. Hm. Ich würde ja hingegen sagen, allein wegen Heather Graham, Teil 2. Ja? Ja. Okay. Also ich fand, ich fand Beyoncé auch nicht so cool, muss ich sagen. Äh, das fand ich nicht so geil, so die da drin zu haben, also vielleicht ist ja zwei doch ganz gut. Ich fand halt einfach, also ich erinnere mich jetzt halt einfach nur an dieses Ding mit, äh, Minimi rumgestaltet und da weiß ich, dass ich definitiv geheult hab vor Lachen. Das fand ich halt super. Aber das ist halt einfach nur so ein Part. Ähm, ja, sonst finde ich ja einfach das Ganze, also das war halt, was man auch nicht vergessen hat darf, das war auch die Zeit, als da aus dem Powers die ganzen Dinger rauskamen, als ganz schlimm modetechnisch die 60er auch wieder getragen wurden. Es kommt ja immer alles wieder, bla bla, und das war halt echt, es waren Schlaghosen ohne Ende und irgendwelche ganz engen Polunder und das war die Zeit von, äh, hier Gildo Horn, Gildo hat euch lieb, Nussecken, also das, wo dann halt. So eine Nussecke, wo dann in Hamburg halt dieser, äh, Flower Power Marsch, äh, jedes Jahr im Sommer dann passiert ist und das war so das Pendant oder das Äquivalent zur, ähm, zur Love Parade. Ähm, und deswegen passt... Und der hat man auch lange nichts mehr gehört. Und da passte das halt super gut rein, also er hat halt seine Zeit voll ausgenutzt, ähm, aber es hat, ich finde es eigentlich schade, weil der hat halt, ähm, mit denen jetzt und mit vor allen Dingen vielleicht sogar ein bisschen besser, Wayne's World hat bewiesen, dass der echt was kann, so, also er hat so ein Komik gefühlt. Es gibt ja das Gerücht, dass es jetzt, äh, einen dritten, äh, Teil von Bill und Tets verrückter Reise durch die Zeit geben soll. Ja, das wäre so geil, wenn die jetzt alle Original mitmachen. Ehrlich? Ja, ja. Also jetzt nicht neu auf... Nicht, nicht, nicht mehr Rufus, der ist ja vor einigen Jahren verstorben, George Carlin, ja. Aber, äh, sowohl, ähm, Keanu Reeves als auch, ähm... Keanu Reeves macht aber auch nicht mehr so viel, oder? Der andere, der macht, hat noch so seine Actionfilme, das, äh, John Wick... Hast du mal John Wick gesehen? Nee. Das soll aber ganz gut sein. Ich hab den ersten Teil John Wick gesehen und da hat er, glaube ich, auch dran rumgeschrieben oder mitproduziert oder irgendwas. Also ist schon echt eine, also eine, also eine, also es ist wie so Computerspielvorlage oder sowas. Ist so ein bisschen wie Hitman, der Film. Und, äh... In irgendeinem, äh, Thriller hat er noch mitgespielt, da hab ich einen Trailer von gesehen, das sah ganz gut aus. Was ich sehr gut finde, dass er halt immer noch seine steife Beweglichkeit hat. Ja. Das find ich halt total kregnant bei dem. Und das, das wäre halt super für den dritten Teil Bill und Ted. Ja, weil er das, also er hat's im Körper, er ist halt einfach die Spur. Der andere macht wohl nicht mehr so viel, er produziert noch Sachen und ist, glaube ich, noch als Voice Actor aktiv. Ja, aber der würde sehr, der würde super gerne das mitmachen. Ja, 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 genau. Der ist voll der Schub. Ja, also, wie gesagt, die Frage ist halt, ob der noch so daran dossiert ist, genauso wie, ähm, Biff zum Beispiel. Der hat auch einfach ganz viel, also aus... Der war Biff? Zurück in die Zukunft. Biff aus Zurück in die Zukunft. Ach so. Der auch danach nicht mehr so viele Rollen gespielt hat, aber ganz viel als Voice Actor gearbeitet hat. Das war doch der, der lustig auf der Bühne mit Gitarre... Ja, genau, zu, ähm, ob es nur den vierten Teil von Back to the Future gibt. Ja, beziehungsweise die ganzen Fragen, die er mal kriegt hat. Ja, Back to the Future Song, ja. Ah, so hieß der, okay. Ja, irgendwie so. Ja, also gebt einfach mal Biff und Back to the Future Song ein und dann seht ihr ihn live Gitarre spielen. Ja. Ja, aber, also, ja. Ich glaube, das Problem mit einem vierten Teil von Austin Powers wäre auch, dass auch James Bond sich in der Zeit halt so gewandelt hat. Das ist halt nicht mehr so dieses ganz, was war ich gerade, dieses ganz krass sexistische, ah, dieses ganz krass sexistische Bond-Ding von Sean Connery und Roger Moore ist, sondern dass auch die Filme halt deutlich anders sind jetzt und... Ja, jetzt würden die meisten es nicht verstehen. Also, ich könnte mir vorstellen, mit 20 guckst du Austin Powers und denkst, hä, was ist das? Ja, ich meine, also, die ersten kannst du jetzt sowieso nicht mehr sehen. Da ist so viel Zeug aus den 90ern drin. Kein Mensch weiß, wer... Ach, dieser Talkshow-Host. Ja, ja, ja. Jerry Springer. Jerry Springer, genau. Kein Mensch weiß heute mehr, wer Jerry Springer ist. Also, kein 20-Jähriger. Oder die Reebok Pump, die dann geplatzt sind, wo du auch denkst, hä, was macht der denn? Ja. So, das würde ich auch nicht verstehen. Ja, also... Cooper würde man verstehen, Mini Cooper, den er, glaube ich, dann im letzten Teil gefahren ist, weil das ist halt die große Kette hier von DriveNow. Ja. Aber sonst, aber ich fände halt klamottentechnisch super schwierig. Zum Glück, also ich hoffe, dass das nicht wiederkommt. Klar wird es irgendwann wiederkommen, aber... Bisschen wie die Klamotten von Seinfeld. Können sie nicht dann so sagen, okay, jetzt sind wir in den Zehnern, nee, jetzt sind wir, doch, jetzt sind wir in den Zehnern gerade. Ja. Dass man halt irgendwie mal guckt, was vor 100 Jahren so, so in den Dinger. Hm, ja, so in Deutschland, in den 30er und 40er Jahren zum Beispiel. Da müssen wir nicht unbedingt in Deutschland nur, aber... Ja. Aber auch die haben sich ja orientiert an, die waren ja nicht einheitlich, wo kein anderer so... Also ich meine, ja, abgesehen von militärischer Kleidung jetzt. Aber auch da gibt es ja viele Fetisch-Freaks. Fugo-Boss zum Beispiel. Ja, die werden sich eh erinnern, wir haben da nochmal genäht. Die erinnern sich gerne. Ja, nee, ich glaube, also Austin Powers wird halt auch mit Jahr zu Jahr schwieriger, weil Mike Myers bekommt halt das Budget nicht mehr. Aber der hat sich ja irgendwo gesichert. Ja, 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 klar. Aber das kann halt auch kein anderer übernehmen. Also den Part, das kannst du nicht einfach austauschen. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt so wie Rocky, so, also da kannst du jetzt auch nicht... Aber die haben es ja jetzt auch mit Creed irgendwie besser fortgesetzt, irgendwie hast du eine neue Figur. Ja, ja, aber ich meine, das ist ja schon eine bestehende Figur, aber es ist ja der Sohn von Creed. Ja, genau, genau. Aber ich meine, du hast halt trotzdem anstatt zu versuchen, die Rocky-Filme nochmal zu verfilmen oder irgendwie da ein Reboot zu starten, sondern dass du sagst, also im Vergleich zum Beispiel zu dem Ghostbusters-Ding, sondern dass du sagst, naja, die ganzen Rocky-Filme gibt's, die sind weiter noch in der Continuity und stattdessen machen wir aber da weiter und setzen da eine neue Geschichte an. Was wahrscheinlich der Ghostbusters-Filme auch einfach hätte machen sollen. Einfach sagen, ja, vor 30 Jahren gab's die Ghostbusters hier in New York, seitdem gibt's keine Geister mehr, plötzlich tauchen wieder Geister auf. Das finde ich ja okay, wenn man das als Spin-Off sieht, aber nicht, wenn man sagt, das ist Rocky 12 oder so. Ja, ja. Das ist dann so ein bisschen blöd. So, was ich jetzt irgendwie mitgekriegt habe, das aus... Ich hab die Teile nicht so verfolgt. Fast and the Furious gab's halt in den vorletzten, letzten Teilen, als dann irgendwann The Rock mit eingestiegen ist. Gibt es jetzt diese Rock-Figur, wird grad ein Spin-Off gedreht. Mit ihm und Jason Statham. Ja. Jason Statham, ja, der irgendwie schon in dem letzten Fast and Furious-Teil, da war's schon so, Jason Statham und The Rock irgendwie arbeiten da schon... Marley Woodruff! Ja, arbeiten da schon als Team irgendwie zusammen? Ich hab keine Ahnung, Alter. In dem Podcast, den ich höre, besprechen sie die Filme immer. Okay. Arbeiten da schon als Team zusammen. In dem Film davor wird Jason Statham als so ein ganz gnadenloser Killer dargestellt, der irgendwie ein Krankenhaus umbringt, weil seinem Bruder was passiert. Das ist super... Aber das stimmt auch. Ich weiß, damals, im allerersten war ich damals im Kino, weil es hieß von wegen, Alter, diese Motorengeräusche und die Autos, das hast du noch nie gesehen. Ich hab den zweiten gesehen im Kino, ohne den ersten gesehen zu haben, deswegen konnte ich der Handlung nicht folgen. Ich wollte grad sagen... Too fast, too furious. Warum biegt der jetzt da ab? Hat der geblinkt? Ja, und dann gibt's auch Tokyo Drift. Das war das, das glaub ich hab ich damals irgendwann mal, äh, RTL 2 sowas, wo es anfangen war, wo sie dann so ein Parkhaus runterdriften einmal komplett und dann... Wow, das ist der Härteste. Warum? Weil er am lautesten im Parkhaus fährt, oder was? Naja. Und es geht noch höher. Juhu, genau, das kann nur König, ey. Parkhaus Drift. Mit der Fließe. Das ist ja auch der König, ne? Ja. Fuck, jetzt würd ich irgendwas sagen. Irgendwas dazu, was du gerade angefangen hast. Oh. Oh. Ich komm nicht drauf, verdammte Scheiße. Hand wird Scheiße. Ähm, was ist denn noch? Also, gesagt, der Dritte ist auf jeden Fall der schwächste Austin Powers. Ich glaube auch, äh, im allgemeinen kritischen Konsens würde man jetzt nicht sagen, dass der... Ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen würden, dass der Dritte der Beste ist. Hm. Ich sag ja auch nur diese... Ich würd auch eh behaupten, dass wahrscheinlich das Beste sind die einzelnen Parts, die du beschrieben hast. Die ist runtergebrochen auf 20 Minuten. Das, woran man sich gerne erinnert. Genau. Was ich zum Beispiel damals schon scheiße fand, das weiß ich ganz genau, war immer das Intro. Dass er irgendwas macht und dann gab's halt so ein Musikvideo von 320 mit so krassen Performance-Dancern und sonst was. Genau. Und das fand ich halt super scheiße. Da fand ich dann halt diesen Part, wo dann halt nackt und immer so ein bisschen Pimmel und Baguette, das fand ich dann noch annehmbar, weil dann halt so Pimmelwitze drin sind. Da kriegt man mich ja mal. Aber halt einfach nur so eine... Da hört ihr es schwarz auf weiß. Osloer Tanzballett. Schickt einfach Pimmelwitze an. Ja. Pimmelwitze at gmail.com Was soll ich? Humor, da kannst du nichts gegen machen. Ah! Oder add Pimmelwitze pod auf Twitter. Das fand ich halt... Ja, weiß ich nicht. Schade. Ja, ich sag dann halt auch irgendwie... Was heißt auch? Du sagst den Zweiten, ich sag... Der Zweite wegen Heather Graham. Obwohl Liz Hurley ist... Das war... Schwierig. Der Fumbot aus dem Ersten. Ja. Ja, Liz Hurley ist auch... Spielt den Teufel in Teuflisch. Ach du Scheiße. Da hat sie bei mir ja immer einen Stein im Brett. Der perfekte Film. Der perfekte Film? Hast du einen Arschoffen? Der ist ja wohl über Vollgurke, ey. Teuflisch ist der perfekte Film. Ist ja wohl... Ne. Und danach nochmal schön Lindenstraße schauen, oder was? Teuflisch ist so ein... So ein Scheiß. Ein strukturell perfekter Film. Das ist so ein RTL 2 Movie, den du selbst im Suff am Sonntagnachmittag nicht fehlerfrei durchziehen kannst. Fantastisch strukturiert. Gruselig. Ich mag den Hauptdarstellertypen auch nicht. Wie kann man Brenton Fraser nicht mögen? Brenton Fraser, Hauptdarsteller aus die Mumie. Das Einzige, wo es funktioniert hat... Da war er dann richtig heiß. Das habe ich auch nie gesehen. Ich konnte es nicht sehen, Mumie wegen Brenton Fraser. Um Himmels Willen. Ich habe es nur ertragen, als er bei Scrubs krank wurde. Da dachte ich, ja gut. Gottes Willen. Da habe ich es dann kurz akzeptiert, weil alle anderen so gut getrauert haben. Aber nicht wegen ihm. Seinetwegen. Ne. Glaub nicht, was ich da höre. Ja. So wie letztens, als ich erzählen muss, ich schaue nicht... George of the Jungle? George, George, George of the Jungle. Das ist ein super Lied von Presidents United States of America. Ja. Zu der Zeichentrickserie George of the Jungle. Und das ist dann ein Realfilm mit Brenton Fraser. Und dem Pest... Egal. Ja, du hast was gesagt. Du schaust nicht was. Was? Ja, du schaust... South Park. Ja. Und da hat letztens auch Urs gesagt, was? Das gibt es ja gar nicht. Da so, ich muss dich 24 Stunden davor klären. Das gibt... Ich komme das mir zu... 24 Stunden reicht nicht. Aber du darfst halt nicht den Fehler machen, wenn du South Park siehst, irgendwie in die alten Folgen versuchen reinzukommen. Ja, stimmt. Nee, wirklich nicht. Die alten Folgen sind auch teilweise nicht gut. Aber warum soll ich das denn überhaupt probieren? Ich habe da gar keinen Anreiz. Naja, wenn du mal irgendwie sagst, 28 Minuten, ich höre jetzt mal auf Ursumann, dann immer die aktuellste Folge schauen. So wie bei Lindenstraße, sonst kommst du nicht rein. Ja. Und die South Park wird ja auch in einer Woche produziert. Und die schreiben halt auch wirklich immer Sachen rein, die gerade tagesaktuell passiert sind. Ja, das ist ja toll. Ne? Das ist ja wie eine zum Leben geweckte Satirezeitung wahrscheinlich. Ja, 2016 hatten sie den ganzen Staffelbogen irgendwie über eine Wahl gemacht, weil ihr Lehrer sich, glaube ich, zum Schulrepräsentanten wählen lassen wollte. Und ihr Lehrer wird immer und immer extremer. Und sie hatten den ganzen Bogen darauf angelegt, dass er verliert, weil sie fest davon ausgegangen sind, dass Trump verliert. Und dann mussten sie das ganze Staffelfinale, das ganze Staffelfinale, so ein total wirrer Mix aus Sachen, die eigentlich keinen Sinn ergeben, weil sie alles nochmal schnell in der Woche über den Haufen werfen mussten, weil Trump gewonnen hat. Wo schaust du das denn? Hm? Wo schaust du das denn? Comedy Central. Ach so, auf der Seite? Ja, genau, so ComedyCentral.de. Okay. Ja. Verstehe. Wie, DE, da kannst du das Original schauen? Ja. Okay. Ja, schon. Also ich habe jetzt nicht mit irgendeinem komischen VPN oder so, sondern einfach ganz normal auf ComedyCentral. Oder .tv oder wie auch immer die Seite heißt. Okay. Ja, ich kenne da noch meine Empfehlung, womit ich die letzte Woche verbracht habe, One Punch Man. Großartig. Großartige Serie. Das ist auch so einfach gezeichnet. Da habe ich nur irgendwie den Trailer gesehen und dachte ich, wow. Aber du magst ja auch mehr so diesen Stil, diesen Charakter, dieses gelangweilte Superheldenwesen. Der hat schon aufgegeben, der hat alles im Leben schon aufgegeben. Oh Mann, jetzt stirbt er wieder mit einem Schlag. So eine Scheiße. Auch eine super deutsche Synchro. Nein, nein, bitte, um hier rauszukommen, musst du nach rechts. Okay, dann gehe ich mal nach links, ne? Das klingt ja lustig. Ach komm, in welcher Synchro sagt denn niemand, ne? Was? Seit den 80ern nicht mehr, seit den reiner Brandzeiten. Meister Seidhammer. Ja, oder wah, oder oder. Ja. Ja, gut, damit hätten wir abschließend geklärt. Der lustigste Austin Powers Teil ist Tokyo Drift. Das stimmt. Da geben wir drei Entennasen. Und der lustigste Austin Powers Gag ist in Baby Driver. Nein, der ist auf jeden Fall im dritten Teil. Da hat Aaron geheult. No man, the dude from Halloween. Baby Driver. Ja, ich... Guter Film. Das ist nicht lustig. Guter Film. Da schuft Kevin Spacey auch mit. Der Nachhinein hat nicht mehr so viel gemacht. Hm. Da passt der Titel ja ganz gut. Du darfst, ne? Aber ich nicht. Wird dann immer gleich angehut. Vom Eulenchor, den wir ja haben. Ja. Vom alten Eulen, Klaus. Kannst du ja mal morgen deinen Schülern sagen. So, Freunde, heute ist Eulenchor. Die wissen nicht, was eine Eule ist. Heute ist Vogel mit großen Augen und sie immer so dumm schreien nach dem Chor. Meinen sie eine Taube? Wir haben doch noch zwei Tage und am Freitag ist die Vorführung von dem Scheiß. Was hast du denn für schöne Namen da? Das kann ich ja nachher ohne Tape sagen. Okay. Aber sind coole Klischee-Namen dabei? Ja. Doppelnamen? Nee. Jerome Zander oder sowas? Jerome Zander ist dabei. Zander. Hast du eigentlich eine Tafel vorne und schreibst mit Kreide, heute, Diktat? Ach nee, Quatsch, du erklärst ihn ja in der Moderation. Ja. Ich bin bei Hopfen und Malz verloren. Naja, aber deine Erfahrung in der Moderation ist ja auch nur so ein trauriges Grätsel. Hallo, Quizmoderieren ist ja genau meine Sache. Und du warst kurz davor, eine Liebessendung zu moderieren. Ja, kurz davor. Ich glaube, die UK-Show wurde ganz abgesetzt inzwischen. Ultimate Love. Mit Klaus. So eine Mischung aus American Gladiators und einer Dating-Show. Ja, so wie Titan Quest, was jetzt von und mit The Rock. Er hat halt so ein krasses Ding jetzt irgendwie, also ist sein Name halt drauf. Und das ist halt so ein Hindernislauf, wo er dann halt den All-Day-Heroes da halt seine Plattformen schafft und die dann halt irgendwie rüberklettern, so ein bisschen Hindernislauf und ganz viel Kraft und sonst was, weil er ist jetzt nicht der Läufer. Und das Ding heißt Titan Quest. Und das ist halt so eine riesen Monstershow von und mit The Rock, Dwayne, The Rock, Johnson, The Rock. The Rock. Ich glaube, er steht auch so in seinem Perso. In seinem, auf dem Fels, den er hat. Ja, genau. Hier, kaputt, verdammt, so leicht. Hasse ich. Ja, gut. Dann, ich kann mal sagen, nächste Woche haben wir was ganz Besonderes für euch. Ja, da können wir schon die Frage stellen. Wie krass ist Schule? Ziemlich krass bestimmt. Neulich irgendwie habe ich bei Ausversehen im Trend geklickt auf YouTube. Was heißt das? Da gibt es auch immer die Abo-Startseite. Das Feuer? Ja, genau. Du musst schon in meiner Sprache reden. Und dann war das auch da. Da dachte ich, gucke ich mal rein. Und als ich das Thumbnail schon gesehen habe, dachte ich, oh meine Güte. Hast du es angeguckt? Nee. Ich will ja mir die Überraschung nicht verderben. Von dem, was da kommt. Gucken wir es eigentlich chronologisch oder wir wählen dann so spontan aus, oder? Wir können ja mit Folge 1 anfangen. Und dann gucken wir mal, was uns anspricht. Von den Titeln und Thumbnails. Und wo die wenigsten Rechtschreibfehler im Titel sind. Oh, krasse Schule. Ich glaube, die schreiben eh alle groß. Also was wir auf jeden Fall sehen müssen, wenn es das gibt, krasse Schule Tokio Drift. Im Prinzip gibt es sowas. Oh nein. Nein, ich weiß es. Stehen Sie aber? Ich meine, das ist billiger produziert als Familienbrennpunkt, glaube ich. Super. Ich hoffe, das ist so. Danke. Jetzt habt ihr es. Okay. Billiger produziert als Familienbrennpunkt. Ja, gut. Gut, 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 gut. Aber bis dahin erreicht ihr uns. Auf fürnüssepod.com. gmail.com. Das ist auch super, wenn wir Kontaktdaten, also fürnüsse at gmail.com. Ihr könnt uns anschreiben auf fürnüssepod.com oder at fürnüssepod auf Twitter. Ihr könnt uns hören, wo auch immer ihr uns gerade hört. Das könnte sein zum Beispiel. Ihr hört mit den Ohren bei YouTube auf dem Kanal fürnüsse mit Dirk und Klaus. Lasst einen Daumen und kommentiert. Abonniert die Glocke, dass ihr auch immer wisst, wann es wieder eine neue Folge gibt. Meistens jeden Montag, aber... Meistens. Außerdem sind wir für Nüsse mit Dirk und Klaus auf iTunes und Stitcher und Podcast Addict. Freunde der Nacht, also wir verabschieden uns in Folge 49, Ausfolge 49 und freuen uns auf euch nächste Woche. Bis dahin. Checkadelic. Tokyo Drift, Baby. Behave.